Wir alle haben Erwartungen, ganz besonders bei medizinischen Behandlungen. Diese Erwartungen können die Symptome und den Verlauf von Erkrankungen ebenso beeinflussen wie die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Therapien. Herr Schmidt leidet seit längerem an quälenden Rückenschmerzen. Seine Hoffnung auf eine wirksame Therapie schwindet. Er ist verzweifelt. Seine Nachbarin, Frau Johns, gibt ihm einen guten Rat. Ihrem Mann habe eine Ärztin im neuen Rückenschmerzzentrum geholfen. Erwartungen entstehen durch Informationen. Diese bekommen wir von ExpertInnen aus den Medien oder im Gespräch mit Bekannten. Auch eigene Erfahrungen sowie Beobachtungen bei anderen PatientInnen beeinflussen unsere Erwartungen. Unser Gehirn verknüpft neue Informationen mit Erinnerungen. Das Denken und die Vorstellungskraft sind ebenso beteiligt wie Gefühle, zum Beispiel Angst. Herr Schmidt entscheidet sich für einen erneuten Therapieversuch und sucht die empfohlene Ärztin im Schmerzzentrum auf. Er fasst Vertrauen, schöpft Hoffnung und befolgt die therapeutischen Anweisungen, führt Schmerztagebuch, geht zur Physiotherapie und erhält das optimale Schmerzmittel. Mit der Zeit verringert sich der Schmerz. Herr Schmidt ist nun überzeugt, dass die Behandlung seine Rückenschmerzen lindert. Seine Erwartung hat einen positiven Einfluss und das ist nicht eingebildet. Denn die Veränderungen in Gehirn und Körper von Herrn Schmidt sind messbar. Sie beruhen auf komplexen psychoneurobiologischen Vorgängen im Gehirn. Allein der Glaube an die Wirksamkeit kann den Erfolg der Behandlung verstärken. Eine Art körpereigene Apotheke. Bildgebende Verfahren zeigen, dass bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden. Zum Beispiel das schmerzlindernde System. Eine positive Erwartung verändert, wie Schmerzen im Nervensystem verarbeitet und wahrgenommen werden. Es kommt zur Ausschüttung von Botenstoffen, sogenannte Neurotransmitter, wie körpereigene schmerzhemmende Opioide. Wir spüren den Schmerz nicht mehr so stark, obwohl wir kein Schmerzmedikament eingenommen haben. Solche machtvollen Mechanismen wirken in vielen körperlichen Systemen. Im Darm, in der Lunge, im Herzkreislauf und Hormonsystem, im Immunsystem und auf die Psyche. Im Immunsystem lassen sich Placeboeffekte durch Vorerfahrung und Konditionierung erzielen. Bei Depressionen wirken Placeboeffekte auf den Botenstoff Serotonin und die emotionsregulierenden Netzwerke. Das wissen wir aus Studien mit Placebobehandlungen, sowie aus Studien, in denen die Erwartung von Gesunden oder PatientInnen gezielt moduliert wurde. Eine der aussagekräftigsten Studien ist ein Experiment mit dem potenten Schmerzmittel Remifentanil. Den Teilnehmenden wurde ein mittelstarker Hitzeschmerz zugefügt. Dann wurde ihnen das potente Schmerzmittel in drei verschiedenen Bedingungen verabreicht. Einmal ohne Erwartung, dann mit einer positiven und einer negativen Erwartung. Das erstaunliche Ergebnis, die positive Erwartung, verdoppelt den schmerzlindernden Effekt. Die negative Erwartung hebt die Wirksamkeit des potenten Medikamentes fast auf. Fazit. Erwartungen sind nicht nur die treibende Kraft von Placeboeffekten, sondern sie modulieren auch die Wirksamkeit von echten Medikamenten. Allerdings können negative Erwartungen auch den Behandlungserfolg beeinträchtigen oder zum Auftreten von unerwünschten Wirkungen führen. Das nennen wir Noceboeffekt. Um die Effekte zum Wohl der PatientInnen nutzen zu können, müssen drei große offene Forschungsfragen geklärt werden. Erstens, wer ist besonders empfänglich für Erwartungseffekte? Zweitens, bei welchen Krankheiten und auf welche Organsysteme wirkt der Erwartungseffekt besonders gut? Drittens, wie können TherapeutInnen die Erkenntnisse systematisch in der Klinik für PatientInnen nutzen? Genau das erforschen wir an den Universitäten Essen, Marburg und Hamburg. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.treatment-expectation.de